Ich glaube, da können wir sehr zufrieden sein. Ich glaube, die Rückkehr ins Frühjahr-IW war der Meilenstein für die Liga. Und wenn man, sage ich mal, die Zahlen der Berichterstattung, diese Messzahlen, da könnten eigentlich jetzt die Kollegen viel besser drüber sprechen, als es ist. Aber wenn man die betrachtet, dann sind die alle sehr, sehr gut. Ich denke, wir hatten im Finale im siebten Spiel irgendwo in der Spitze fast 500.000 oder so. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Insofern denke ich, ist diese Entwicklung sehr positiv.